hallo leute und willkommen zurück ich bin's wie marian und ja wieder black ops 2 waffenspiel auf downhill ja nice ja egal mehr wollte ich gar nicht sagen ne klasse oder so habe ich ja nicht außer grad die kapiert sich aber ändert sich auch beim kill wieder nein was bin ich so schlecht egal was ich noch sagen wollte auf jeden fall ich wollte eigentlich mal wieder m3 so habe mir wieder geholt wollte zum aufnehmen so und ja ich habe keine ahnung zehn spiele oder so gemacht und dann hatte ich es schon wieder deinstalliert ich hatte wirklich ich konnte fertig bringen davon konnte ich nur eins und die anderen habe ich immer da musste konnte ich einfach nicht spielen da war ein harzkuper mit thermal und schnellschuss globes und was weiß ich nicht alles da junge streich die mit shotgun aber gut und hinter mir das muss gelernt sein nein ich dachte ich habe nachgeladen alter wenn du mich da willst natürlich auch ähm scheiße egal ähm moment 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 boah jetzt fähre ich wieder grad ähm ja ich habe wie gesagt noch ein game geschafft wirklich fertig zu zocken die anderen haben bin ich wieder gequittet und dann habe ich auch direkt wieder deinstalliert aber ich werde auf jeden fall mir schätzt mal black ops 1 wiederholen und dann werde ich davon auch mal was aufnehmen wenn ich da gescheite server finde weil bei black ops 1 gibt es ja nur server und nicht mal mal äh ne dingens suchdingens äh im endmanns queue keine ahnung wie warte lange nein das ist das falsche wort egal ihr wisst was ich meine und ja da sind halt meistens auch zmannserver und keine ahnung ich muss halt gucken ob ich guten server finde auch mit guten spielmodi und maps und keine ahnung und dann werde ich es wie gesagt auch mal ähm blick ops 1 sorry äh aufnehmen weil ich glaube ich auch gerade bock auf blick ops 1 muss ich sagen schade hat ja klappt genau ah einfach spammen junge war der gar nicht da doch nein wieso achso der hatte einen schuss ok ach komm ich führe gerade das freut mich aber das wird nicht mehr lange anhalten wenn das so bleibt hier mann ja danke nein nur ein hitmark aber gut direkt zwei hintereinander gequick zweimal hintereinander gequickscoped das ist doch auch feine sache ey schon wieder nur ein hitmark aber direkt wieder eh das geht gerade ab bei mir ne ähm kommt da hin kommt da nicht zu mir was sie äh kommt da nö alter ich finde jetzt keine gegner mehr hier ey was jetzt kommt ihr mal alle zu mir hin bitte ich will euch nicht ganz recht hinterher laufen ist hinter mir einer ganze zeit oder wo ist der? da hinten komm ich lauf mal zu dem so gut da kommt jetzt auch noch eine nice oh schon wieder voll letzte Waffe hier leih was war das denn was war das? jetzt verkacke ich hier oder was? nix da ich muss dort gewinnen noch jetzt ich bin schon soweit bitte schön viel Zeit lassen oh man so letzte Woche komm soll ich doch schaffen nein jetzt hab ich auf die Karte geguckt schade 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 komm hier ich mach dich kaputt Junge ja schön da hat er nicht auf mich geachtet das war jetzt ein leichtes Spiel jetzt noch die letzten zwei Kills ähm gut ich sag nicht schüss da ich direkt wieder zwei hintereinander machen werde wie beim letzten Mal weil ja Waffenspiele beziehungsweise überhaupt Partyspiele dauern ja nicht gerade lange mal gucken vielleicht hab ich ja Glück und gewinn wieder ähm in einem Part 2 dort fände ich natürlich toll und ich werde das Video natürlich auch hochladen wenn ich jetzt den zweiten Part und beziehungsweise das zweite Spiel volle Kanüle verkacken würde ah Downhill Zufall Downhill Zufall keine Ahnung ich bleib mal auf Downhill hat mir gefallen weil Zufall weiß man ja nie was für Karten kommen ich wär jetzt auch nicht auf einer Karte spür wo ich gar keinen Bock drauf hab ne ah verbleibende Zeit jetzt liefen alle hoffentlich startet das Game jetzt nicht nach zu langer Zeit sonst würde ich einfach kurz die Aufnahme stoppen weil so wie es aussieht wird es so sein ja ich würde mal sagen wir sehen uns im nächsten Spiel wieder ich werde jetzt mal kurz einen Cut machen weil wie es scheint wird das jetzt noch dauern ok bis gleich und da sind wir auch schon wieder ja ich musste jetzt ja leider in eine andere Lobby bin grad direkt wieder gestorben wie ich das auch schon mal gesagt habe dass das passieren könnte ähhh ah weil ich ja eine AMD Grafikkarte habe aber gut das soll jetzt nicht weiter stören ähm so komm her so schön das könnte jetzt auch ein etwas schwierigeres werden gewinnen wird besonders schwer weil hier ein Prestigemaster mit 1,7 KD ist ich weiß nicht wie gut er wirklich ist ist jetzt das erste Mal dass ich gegen ihn spiele zumindest könnte ich mich nicht an ihn erinnern ähm ja keine Ahnung aber wie gesagt ich werde es sehr wahrscheinlich hochladen auch wenn ich jetzt volle Kanäle verkacke also so lol egal also so 0,200 Sets war es ja auch so voll geht in Waffenspiel na gut wenn man alle wenn alle knife würden würde das gehen ja ich dachte schon ey stirbt jetzt auch nicht oder was will denn ich sterben oh ah lol ey aus so einer Entfernung wie KSG ist echt einfach nur überpowered aber ich werde mich nicht über KSG im Waffenspiel aufregen das wäre ja nicht dumm nein man jetzt kommen die alle von Shotgun mit Shotgun von hinten von Shotgun mit hinten ja das ergibt Sinn lol boah das war knapp aber ich da nicht getroffen habe ey jetzt sind die von zwei Seiten ich weiß nicht wohin ich gehen soll lolololololololololololololololololololololololololololololol WTWDF WTWDF Was ist da los? Nice Pö? Einer? Nein, 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 nein Nein, nein, nein Ja Gut, ja, ich werde jetzt gerade wieder ein bisschen weniger Aber ich habe mich gerade versucht ein bisschen zu konzentrieren Damit ich auch überhaupt was geschissen kriege, ne? Man kann ja auch nicht nur die ganze Zeit labern Sonst wird das alles nichts Okay, da wurde ich mehr oder weniger gerettet, würde ich mal sagen Weil ich fast keine Schuss mehr hatte Und ich habe ihn zum Glück noch gekillt Und nein! Mann Ich achte zu viel außer da gerade Schön Du, 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 Zielsucher, yeah Schön Es wird auf jeden Fall ein knappes Game, würde ich mal so behaupten Sieht gerade ziemlich ausgeglichen aus Nein Fail, Fehler Nein, 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 nein Ja Schön So macht man das, würde ich sagen Nein Oh, der hat 1.17 Kills Das heißt, der hat ein paar Mal auf den Knife, würde ich sagen So Nein, Mann, dann habe ich wieder nur einen Hitmark gegeben, ey Verdammt Ja, Hans Coop Ich ziehe es mal einfach rein Ja Wir haben uns gegenseitig befördert, sage ich jetzt mal so Cool, gleich auf, komm Ich habe noch gute, gute, gute Chancen Hier Ganz Bisschen Vorsichtig Scheiße Also aufpassen, dass ich mich selber kelle Auch wenn das fast unmöglich ist Eigentlich mit Armbrust, aber es ist möglich Warum hat das denn nicht getroffen? ETF Mann Das hätte doch locker treffen müssen Aber egal Nein, 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 nein Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe Boah Ich dachte jetzt, der will mich knifen Und da habe ich auch geneifet Und jetzt will der mich bestimmt knifen Mann Ja Danke Boah Ja Boah, danke Boah Ey, dass ich das echt noch gewinne Ey, das war echt ein knappes Game Seht ihr, der eine hat schon 200 zu 180 Aber gut, ich habe es noch geschafft Schön, wieder zwei Games miteinander gewonnen Das freut mich natürlich Erst recht, weil der eine, wie gesagt 1,7 KD hatte Aber gut Ich hoffe, es hat euch gefallen Und ich sage es wie immer Tschüss, bis zum nächsten Mal